Sein Teamkollege, der dritte der Formel 1 Weltmeisterschaft von 2014, Danny Ricciardo, ist erstmals auf Schnee, geht kein Risiko ein und fährt mit einem Bomb. Ich bin gerade aus Australien gekommen, dort hat es 35 Grad gehabt, eine große Umstellung also. Aber das hier, das ist beeindruckend, vor allem die Leistung der Skifahrer, die ich gesehen habe. Sein Teamchef Christian Horner hat Charity-Erfahrung und bekommt nach makelloser Fahrt grosses Lob von seiner Verlobten Gary Halliwell, dem Ex-Spice-Girl. Er ist mein James Bond. Das war grandios. Ich bin mächtig stolz auf ihn. Zufrieden trotz spätem Sturz ist Horner mit der heutigen Ricciardo-Performance. Er ist gut gefahren, aber zu langsam. Uns fehlten einfach die PS.